Renditen killen die Rallye von Aktienmärkten. Das ist auch heute wieder ein Stück weit das Thema gewesen, nachdem die Aktienmärkte ja zunächst mal ganz ordentlich begonnen haben. Nach vermeintlich guten Zahlen aus China. Dazu gleich mehr war zunächst mal so eine freundliche Stimmung der Fall. Alles schicke. Wir brauchen jetzt mal eine technische Erholung von überverkauften Märkten. Gar keine Frage, dass die Aktienmärkte überverkauft sind. Aber damit sich was ändert, brauchen wir irgendwie einen Game Changer, ein Motiv, eine Erzählung, ein Narrativ, damit es diese technische Erholung gibt. Bisher ist das ausgeblieben. Wir haben morgen die BIP-Revision. Da könnte etwas drin sein für die Bullen, dass also das Wirtschaftswachstum aus dem zweiten Quartal dann nochmal deutlich nach unten revidiert wird. Wird das reichen? Habe ich meine Zweifel. Am Donnerstagabend, morgen Abend, haben wir dann Jerome Powell. Allerdings spricht der vor Lehrern. Da stellen diese Lehrer Fragen, ob der da überhaupt zur Geldpolitik sich äußern wird, ist fraglich. Ja, und am Freitag haben wir dann die PCE-Verbraucherpreise. Aber die sind auch aus dem August, also auch ein bisschen Schnee von gestern. Normalerweise gibt es da nicht so wahnsinnige Überraschungen. Also irgendwo muss dieser Game Changer, dieser Spieländerer herkommen. Sonst wird es schwierig. Sonst haben wir weiter einen Anstieg der Renditen. Und die Bären, die lange doch sehr stark darben mussten, die setzen ein bisschen Fleisch an. Stocks struggle as climb in Bond yields resumes. Also der Anstieg der Renditen hat wieder eingesetzt. Und das hatte die Rally ein bisschen dann ausgebremst. Und hier sehen wir, wir sind fast bei 4,60 Prozent bei der 10-Jährigen gewesen. Und das, wenn Henrik sagt, also wenn das nicht bald sich zurückentwickelt und normalerweise müsste es sich zurückentwickeln. Wir sind da schon ziemlich am Anschlag, wie Sie hier sehen. Dann auf jeden Fall kann Janet Yellen ihr Softlanding Goodbye küssen. Also diese Aussage von Janet Yellen, wir sind auf dem guten Weg zu einer weichen Landung der Wirtschaft. Warum steigen die Renditen? Naja, erstmal, weil wahnsinnig viel Angebot aufgrund der neuen Schulden durch die beiden Regierungen am Markt ist. Das muss irgendwo absorbiert werden. Jetzt kommt doch die Sorge um den Government Shutdown dazu. Wird man das verhindern können? Ich glaube, der Orangene im Hintergrund wird das zu verhindern wissen, dass es da eine Einigung gibt. Sie werden wissen, wen ich meine. Jedenfalls sagt der Goldman also, ja, 90 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es einen Government Shutdown gibt. Und das große Problem ist eben dieses Government Shutdowns. Es kostet Wachstum auf der einen Seite. Je länger er dauert, umso mehr. Und auf der anderen Seite hat man dann das Problem, dass eben keine Daten kommen. In 1996 gab es 21 Tage keine Konjunkturdaten, 2013, 16 Tage, sodass die Fed, die ja sagt, wir sind datenabhängig, dann komplett im Dunkeln tappen würde. Aber dieser Government Shutdown, irgendwas muss auch bei den Schulden passieren in den USA. Hier sehen wir mal eine Grafik, die das Wachstum zeigt. Und das vergleicht hier blau mit der Gesamtverschuldung. Also die Schulden steigen viel, viel schneller, als die Wirtschaft wächst. Und das ist letztendlich nicht betragbar. Zweites Motiv, nochmal zurück zu den Renditen. Also letztendlich, die Märkte machen sich so ein bisschen Sorgen auch um die, naja, Bonität der USA. Das kann so nicht weitergehen, diese Schuldenorgie. Aber ein weiterer Grund für den Anstieg der Renditen ist eben Öl. Neues hoch jetzt in diesem Jahr. Ja, wir wären jetzt auf dem höchsten Stand seit August des Vorjahres. Also da kommt natürlich wieder Inflationsdruck. Und das, obwohl der Dollar stark ist und die Renditen steigen. Also das ist echte Stärke, wie ein Kollege von mir hier getitelt hat. Also da muss etwas passieren. Die OPEC will einen höheren Ölpreis. Das setzt dann die Notenbanken unter Druck. Das macht Zinssenkungen extrem schwierig. Jetzt kommt der starke Dollar noch dazu. Auch der ziemlich auf Anschlag. Euro-Dollar heute schon bei 1,05 gewesen. Wir sind jetzt so stark überkauft wie seit einem Jahr nicht mehr. Letztes Jahr kam dann eine Intervention der Bank of England. Damals ja diese Pensionsfonds in Großbritannien. Unter Druck. Jetzt vielleicht die Bank of Japan, die ja weiter eine ultralaxe Geldpolitik betreibt. Dollar-Yen über 149. Also der Yen dadurch zum Abschluss freigegeben. Aber jetzt nochmal zurück zu dieser ganzen Thematik, die hier entscheidend ist. Diese hohen Zinsen, die machen sich jetzt immer mehr bemerkbar. Hier sehen wir Delinquency Rate und Credit Card Loans bei allen Banken. Das ist jetzt höher als auf dem Hochpunkt der Finanzkrise. Jedes Mal, wenn wir einen steigenden Zinszyklus haben, dann kommt eine Krise. Irgendwas passiert dann immer. Da fliegen welche aus der Kurve. Macht Sinn, wenn du Nullzinsen hast, so wie wir es jetzt hatten. Und das ist das Schlimme jetzt an der Situation. Dann haben Leute Kapital in der Vergangenheit fehlallokiert. Diese Fehlentscheidungen, diese Fehlallokationen, die fliegen Ihnen jetzt um die Ohren, früher oder später. Und hier sehen wir das zum Beispiel Leveraged Loans. Das sind also Kredite, die an Firmen oder auch an Privatkunden vergeben haben, die schon sehr viel Schulden haben, die also vollgestopft sind mit Schulden. Das sind Leveraged Loans. Jetzt hat Fitsch sich geäußert und gesagt, okay, hier könnte eine ziemliche Welle von Ausfällen sein. 270 Milliarden Dollar. Die sind besonders gefährdet in dieser Richtung. Und hier sehen wir mal diese Credit Card Defaults. Bei den Top 100 Banken deutlich weniger als bei den kleineren Banken. Das heißt, die sind ja ohnehin unter Druck, weil die Leute ihr Geld abziehen von den Konten. Nicht nur in den USA, wie wir gleich sehen werden. Und das in kurzlaufenden Staatsanleihen packen, in Geldmarktfonds packen, wo du mehr als 5% Rendite kriegst, Zinsen kriegst. Das kriegst du eben normalerweise bei der Bank nicht. Also diese Banken sind von vielerlei Hinsicht jetzt unter Druck. Und die Fed ist unter Druck, weil jetzt auch wieder die US-Hauspreise steigen. Hier sehen wir mal Case Schiller Index ist jetzt zum Vormonat um 0,87% gestiegen. Keiner in den USA zieht jetzt gerne aus, weil er in seinem alten Haus einen alten Kreditvertrag hat. Damals wahrscheinlich noch zu günstigen Zinsen abgeschlossen. Wenn er jetzt umzieht, ein neues Haus kauft, dann müsste er deutlich teurer zu höheren Zinsen finanzieren. Also ist der Markt extrem eng. Müssen diejenigen, die irgendwas suchen, müssen dann doch auf Neubauten ausweichen. Hier sehen wir dann eben diese gestiegenen Preise. Und das wiederum ist insofern inflationär, als ja die größte Komponente, was die Inflationsberechnung CPI betrifft, Shelter ist. Also alles, was mit Unterkunft zu tun hat. Und die mit Abstand wichtigste Komponente da wiederum ist die Owner's Equivalent Rent of Primary Residence. Das ist praktisch der Gegenwert, den Hausbesitzer zahlen müssten, wenn sie in ihrem Haus zur Miete wohnen würden. Da sehen wir, das macht 23 Prozent, also praktisch ein Viertel der Inflationsberechnung aussteigen. Jetzt also wieder die Hauspreise, dann ist dieser Trend, der zuletzt der Fall war, nämlich rückläufige, also sozusagen, dass der Immobilienmarkt tendenziell ein bisschen von der Inflation weggenommen hat, deflationär, ein bisschen deflationär gewirkt hat. Das wird sich dann auch wieder umkehren. Jetzt haben wir Energiepreisanstiege etc. etc. Aber das Wichtigste ist, dass die FED eben versucht, diese Inflation dadurch zu bekämpfen, dass sie die Nachfrage senkt. Wie senkst du die Nachfrage? Indem der Arbeitsmarkt schwächer wird und indem die Aktienmärkte ein bisschen runterkommen. Das ist das, was Jerome Paul faktisch gesagt hat mit dieser Bilanzreduzierung. Das ist im Grunde das Mantra von 2.18 auf Autopilot. Und ja, das tut die FED auch. Wir werden jetzt wieder neue Daten. Morgen ist es, glaube ich, wir kommen zur Bilanz. Summe der FED in der letzten Woche über 70 Milliarden Dollar gesunken. So stark wie seit guten zwei Jahren nicht mehr. Und Holger Cepic sagt, ja, it's liquidity, stupid. Schaut euch mal an. Das scheint für die Märkte wichtiger zu sein eigentlich als die Frage, wie oft steigen die Zinsen noch, wie hoch steigen die Zinsen, wie lange bleiben sie hoch. Das dürfte sicherlich auch ein wichtiger Faktor sein. Aber hier sehen wir, dass eigentlich die Bilanznummer der FED und der S&P 500 ziemlich kongruent laufen. Und jetzt haben wir ja die Situation, dass vor allem die Aktienmärkte nicht kongruent laufen. Würden wir jetzt mal die ganz großen Tech-Aktien abziehen, dann wäre der S&P 500 nicht mehr im Plus in diesem Jahr. Dadurch, dass aber die großen Tech-Aktien das Ding getrieben haben, sind wir nach wie vor 12% im Plus. Die Überlegung der Investoren ist, naja, die großen Tech-Werte, die haben viel Cash, die sind also dadurch weniger betroffen vom Anstieg der Zinsen, richtig. Aber sie sind betroffen von der Abkühlung der Konjunktur, von der Schwäche des Konsumenten. Irgendwer muss die iPhones kaufen, irgendwer muss Werbung schalten bei Google. Wenn die Unternehmen schlechtere Absätze haben, dann werden Werbebudgets gekürzt und so weiter und so fort. Also das ist eben vielleicht der große Irrtum der Tech-Investoren, dass sie glauben, die großen Tech-Werte werden da irgendwie immun. Jetzt sehen wir mal der S&P 500 ja so um und bei 12% im Plus. Während die sieben größten Aktien im S&P 500, allesamt Tech-Aktien, 81% im Plus sind, angetrieben durch die wunderbare Nuvida-Aktie. Was passiert jetzt, wenn diese sieben Aktien ein Problem bekommen? Dann haben die Aktienmärkte ein Problem. Hier sehen wir, wie krass dieser Unterschied ist in dieser Grafik zwischen den großen Tech-Werten und dem Rest. Dieser Markt ist natürlich sehr überverkauft, gemessen am RSI, relative Stärkeindex. Wir haben jetzt noch den 200-Tages-Durchschnitt bei 4200 Punkten. Das wäre dann vielleicht so die letzte Auffangmarke für den Bullenmarkt, in Anführungszeichen, seit Oktober. Ich glaube, es ist ein kaschierter Bärenmarkt, wenn man sich den Gesamtmarkt betrachtet. Es ist sozusagen die Schminke, die hier auf den Lippen ist durch die großen Tech-Aktien, die kaschiert, dass alles unter der Oberfläche nicht so richtig hübsch ist. Und hier natürlich viel Hoffnung jetzt von den Bullen. Seht ihr, wir haben den Washout schon gesehen. 85% der Nasdaq, 108 Aktien sind unter ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Damit sind wir tiefer als bei jeder Korrektur diesen Jahres. Jetzt haben wir genau dieselbe Standardabweichung wie beim 2022er-Tief, positive Divergenzen im MACD und so weiter und so fort. Kann alles sein, aber du brauchst irgendwie einen Grund. Du musst ein Motiv haben, ein Narrativ haben, damit sich diese technische Überverkauftheit sich dann in Kaufwille auch ausdrücken kann. Und wir haben einen No-Rules-Market, wie Goldman Sachs sagt, flows Trump Fundamentals amid Record Negative Gamma. Also die Market Maker, die sind schochte bis zur Oberkante, weil die sich absichern müssen. Die bringen Optionen an, denen man wetten gegen den Käufer dieser Optionen, ob es Putz oder Call sind oder was auch immer. Also wird sich abgesichert und das kann eben dazu führen, dass wir sich Bewegungen sehen, die komplett irrational in die eine Richtung laufen. Wir können also noch deutlich tiefer fallen, aufgrund schon von Mechanik. Und auf der anderen Seite, wenn irgendwie ein Narrativ kommt, was bullish wäre, können wir einen gewaltigen Short Squeeze sehen. Und man reicht jetzt Hoffnungsparameter natürlich hier über den Dresden. Die letzten vier September waren alle negativ und im vierten Quartal ging es dann immer wieder nach oben. Wie gesagt, auch das ist den nur bei CNBC. Aber dazu muss ein Game Changer her, vor allem durch die Fed. Und wenn die Fed nicht umkippt, dann sehe ich das nicht. Denn das heißt weiter Liquiditätsverknappung. Und wenn Liquidität nicht allzu üppig mehr fließt, sondern Liquidität abfließt, dann sehen wir die nackte Baden. Denn das hatte ich schon öfter betont. Ich will noch mal kurz mich äußern, weil es da Fragen gab, warum ich sage, dass die chinesischen Zahlen heute Nacht falsch sind oder gelogen sind, eine Lüge sind. China lügt mit Zahlen. Das hat ja zunächst mal das Sentiment auch angetrieben. Hier sehen wir mal im Juli letzten Jahres, im Juli, im Vormonat, war die ganze Geschichte noch negativ. So knapp 10% sind die Industrieprofite, um die es hier geht, gefallen. Jetzt plötzlich im August sollen die um 17% gestiegen sein. Wir sind also von minus 10% zum Vorjahresmonat auf plus 17, irgendwas Prozent zum Vorjahresmonat gestiegen. Ein Anstieg von 27%. Ein Wunder der Profitabilität. Jetzt gucken wir uns mal oben die Erzeugerpreise an. Das sind also die Preise in China ab Fabrik. Das sind die Preise, die also die Unternehmen verlangen können. Hier sehen wir, die Preise sind zum Vorjahresmonat um 3% gefallen. Mit anderen Worten, die Profite der chinesischen Unternehmen sind um 25% gestiegen. Aber die Preise, die sie nehmen konnten, die sind um 3% gefallen. Das ist ein Wunder, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, da wurde bewusst ein bisschen geschönt. Damit man das Narrativ verbreiten kann, seht ihr, wir haben die Talsohle durchschritten. Aber es ist Bullshit. Das kann nicht funktionieren und auch auf Dauer nicht funktionieren, wird das, was jetzt auch in Europa passiert. Wir alle sprechen von den Geldabzügen in den USA von Bankkonten. Das Gleiche passiert jetzt in Europa. Jetzt bieten andere wieder plötzlich mehr Zinsen. Die großen Banken müssen da mitgehen. Bei Geschäftskunden passiert das. Ein guter Freund von mir arbeitet bei einer sehr, sehr großen, systemrelevanten Bank. Und der sagt, wir haben seit einigen Wochen eine Taskforce, die sich genau die Kontobewegungen anguckt und guckt, ob da Gelder abfließen. Und dann schnell die Alarmglocke läutet. Denn da gibt es jetzt plötzlich Angebote, die sind sehr, sehr attraktiv. Also jetzt kommt das Problem auch zu den europäischen Banken, die natürlich nach wie vor durch diesen Unterschied sehr viel Geld verdienen, dass sie selber Geld hochverzins anlegen konnten, aber den Sparern sozusagen nichts gegeben haben. Gleichwohl sehen wir, dass die Geldmenge 1,3 Prozent zum Vorjahresmonat gefallen ist. Es geht also weiter bergab mit der Geldmenge. Dementsprechend auch die Kreditvergabe sehr mau. Das gilt auch und besonders für Deutschland. Und jetzt haben wir natürlich den guten Marcello Fraccia, der sagt, warum geht es der Industrie wirklich? Bei ihren Forderungen für den Wirtschaftsstandort scheint es ihnen um das Gegenteil zu gehen, nämlich Subventionen für die eigenen Unternehmen. Konkrete Lösungsvorschläge bleiben Sie meister schuldig. Das sagt also Elfenbein Marcello, der noch nie irgendwo in der Wirtschaft gearbeitet hat, der in seinem Elfenbeinturm sitzt und irgendwelche ökonomischen Theorien, die meistens auf Sozialismus hinauslaufen, verbreitet. Dagegen hier der Industriepräsident, der BDI-Präsident, der sagt, ein Drittel des Mittelstands arbeitet am Wegzug aus Deutschland, unter anderem wegen den gestiegenen Energiekosten. Ein sehr nüchterner Mann hier im Interview mit Mission Money. Wem glauben Sie mehr? Ich glaube diesem Russwurm, Herrn Russwurmmehr, das ist der BDI-Chef. Jetzt noch abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Bauzinsen erreichen 4%, Renditeanstiege und an der 10-jährigen Rendite, sowohl in den USA als auch in Deutschland, da hängt eben mehr oder weniger vor allem der ganze Hypothekenkredit der Markt. Dementsprechend steigen hier auch die Renditen in den USA ein 22 Jahre hoch. Die Leistbarkeit für Immobilien wird immer geringer. Erste Empfehlung, warum ist dieser Government Shutdown, wenn er denn kommt, besonders gefährlich für die Märkte? Was steckt da dahinter, wenn Sie da mal genau wissen wollen, was da eigentlich gespielt wird? Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung, meine Damen und Herren. Der Anstieg der Renditen ist gut für die FED, aber ein großes Risiko für die Wirtschaft. Warum, wieso, weshalb? Dritte Empfehlung. Alle sehr, sehr lesenswert. Ich sage jetzt Servus, ciao. Ciao.